Hallo, ich bin René von der Schießschule Becker und wir wollen hier wieder schießen und zwar mit einer Taschenpistole. Da kann man kaum sehen, so schön klein ist sie hier und zwar eine mehrläufige Taschenpistole, genannt werden sie Derringer, manchmal geschrieben mit Doppel-R, ursprungsfroh mit einem R, Henry Derringer mit einem R geschrieben, hat sie Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt. Die Waffe hier, Kaliber 22, kurz. Ich will sie euch ganz kurz ein bisschen näher zeigen und dann sehen wir uns gleich auf der Schießbahn. Ja, nun zu unserem Derringer oder Derringer. Bevor wir loslegen, würde ich euch mal, das ist eine Kaliber 22 LR, Long Rifle und das hier die 22, kurz. Also ich lege die mal her. So, hier habe ich eine verschossene Hülse, da sieht man das, wo der Schlagbolzen den Rand getroffen hat. Und nun zu unserer Waffe, wirklich sehr niedlich, also ich finde die wirklich sehr putzig, sehr schön, macht total Spaß irgendwie zu schießen. Ja, Treffen ist eher zweitrangig, hier geht es tatsächlich um das Erlebnis des Schießens. Ja, wie lädt man die jetzt? Wie beim Vorlassschießen gibt es hier so eine Laderast-Sicherheitsrast. Jetzt kann ich hier vorne, drücke ich hier drauf und dann kann ich quasi das Laufbündel hier nach vorne schieben. So, jetzt kann ich die quasi laden, dann lade ich die hier, jetzt mit einer leeren Hülse, schiebe sie wieder zu, dann wird es gleich wieder klacken. So, jetzt sieht man hier diesen Spalt tatsächlich. Jetzt kann ich quasi den Hahn spannen, jetzt krümmel ich ab, kann schießen. Und jetzt sieht man hier den Schlagbolzen. Na, sieht man das? Der dreht sich dann hier immer. Immer ein Stück weiter und trifft jetzt eine. Jetzt hat es sich wieder gedreht, ein Stück. Jetzt sieht man das. Nächste Patrone, nächste, 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 so bis ich alle vier abgeschossen habe. Und jetzt zum Entladen, drücke ich mal wieder drauf, das Laderast. Schiebe das Laufbündel nach vorne und jetzt sieht man hier, habe ich zweimal abgeschlagen. Jetzt habe ich hier so einen Putschstock einfach genommen. Und die muss man rausdrücken, weil da hinten rausziehen, ich kriege es mit dem Fingernagel nicht hin. Also ich schiebe es immer so raus. Dann kann ich wieder schließen und schießen. Also es fetzt wirklich, eine schöne Geschichte. Aber seht selbst, bis gleich auf der Schießbahn. Ich freue pase. Und dann hab ich wieder raus. Geht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ihr Lust habt, mal mit so etwas zu schießen oder mit einer anderen Waffe, dann meldet euch einfach bei uns. Besitzt ihr schon eine entsprechende Erwerbsberechtigung für erwerbspflichtige Waffen, dann könnt ihr bei uns über den Waffenhandelbecker diese erwerben. Wenn ihr noch keine Waffenbesitzkarte seid, seid auf dem Weg Sportschütze zu werden, dann fehlt vielleicht noch die Sachkunde. Dann hoffe ich, sehen wir uns bei uns in dem Waffensachkundekurs. Wo auch immer wir uns sehen, wann wir uns auch immer sehen, würde mich freuen von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao.